Okay, Cedric. Der Mann, der hier sitzt, hat einen Becher Grog vor sich stehen. Nach dem leicht glasigen Blick, seine Augen nachzuurteilen, ist das nicht sein erster Becher. Er scheint tief in einer Münze versunken zu sein, mit der er auf seinen gerippten Knöcheln jongliert. 14 Kupfer geben. Darf ich dir ein Getränk spendieren? Der Mann blitzelt dich an. Es dauert ein paar Sekunden, bevor er dein Gesicht klar wahrnimmt. Ah, ich trinke gerne etwas, wenn du auch etwas trinkst. Er deutet auf den gegenüberstehenden Platz. Als du deine Hand Richtung Barkeeper hebst, lehrt er den Becher an, den er gesessen hat, in einem Langzug. Kann ich etwas für dich tun, Wächter? Ich nehme ein Antrag schon von mir gehört. Du erhältst diese Münze so, als hätte sie eine Geschichte zu erzählen. Ich bin wegen der Münze hier. Ich nehme ein Antrag schon von mir gehört. Du warst nicht gerade leise, als du das erste Mal hier durchgekommen bist. Auch wenn es sicherlich ruhiger ist, seitdem du gegangen bist. Ja, siehst du Xoti Shale an. Ja, gut. Hätten die Leute damals auf mich gehört, wären nicht so viele gestorben. Ich meine, dass es das wert ist, darüber gesprochen zu werden. Danke vielmals. Du hältst die Münze, diese Münze so, als hätte sie eine Geschichte zu erzählen. Ah ja, mit Tiefwein und den dessen großen Säufzern. Ich war auf einem Schiff aus Telanir. Wir haben mit Luxusgütern gehandelt, hauptsächlich Spirituosen. Brachten Met, Virtonek für die Dämmerungssterne und Jefdir mit. Kam zurück mit Rom, Arok, aber auch Düsterbeeren und Kappaplippen. Das Schiff hat uns aus dem Nebel heraus überrascht, hatte die dreimal verfluchte Flagge der Prinz Cipan Simpatrina gehisst. Eine Schucke mit dem Namen Vergnügliches Leid, falls du sie kennst. Ah Junge, eine verdammte Sammlung von Scheißkerr, diese Mannschaft und die Hohlkönigin Seeteufel des Todesfeuers. Die größte Scheiße von allen. Wir wussten es sicherlich und haben von Malnach's Ruf gehört. Und auch machte sich der Käpt'n daran, sich zu bekämpfen, dieser verdammte Dummkopf. Würdest du dich besser fühlen, wenn du wüsstest, dass Malnach tot ist? Man muss verteidigen, was einem gehört. Da kommt irgendwann noch einmal, du kommst irgendwann auch einmal auf die Münze zu sprechen, oder? Sprich weiter. Ich habe nur wegen dieser Münze überlebt. Kanonenfeuer, Leute schreien, sich heißer und das hier zu meinen Füßen. So glänzst du, wie du es dir vorstellen kannst. Entscheide mich, aufgrund von Vail, weiß was ist, aufzuheben. Oder eine Kanonenkugel zerfetzt das Deck direkt über mir, gerade wo mein Kopf eben noch war. Das bringt die Münze zum Rollen und ich renne hinterher. Das Deck hinter mir explodiert in kleine Stücke, alles zerschossen und ich nur nicht dort wegen dieser Münze. Sie rollt durch die Sprossen und ich, der nicht von ihr lassen wollte, springe hinterher. Meine Finger hatten sich gerade um sie geschlossen, als das Schiff hinter mir mit einem großen Feuerball, der mal ganz selbstwürdig gewesen wäre, in die Luft fliegt. Sie haben wohl die Pulverfässer getroffen. Ich bin da unten bei Vilaros Rast aufgewacht. Er hat nichts bei mir, außer die Kleidung an meinem Körper und die Münze fest in der Hand. Ich bin hierher gekommen, nach Arbeit zu suchen und nach einem Schiff, das mich von dieser verrückständigen Insel mitnehmen kann. Er nimmt einen großen Schluck aus seinem Becher. Kann ich dir die Münze abkaufen? Das war nachher verstärkend. Lass uns auf... Ja, andenken, trinken. Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Trinken wir weiter. Ich wäre kein Seemer, wenn ich den Rum abdehnen würde oder einen Schluck für die Jungs ausschenken würde. Wie eine normale Person trinken. Auf die Mannschaft des unzähligen... ungezählten Glück. Er wirft den Kopf in den Nacken und leert sein Glas in einem Zug, wo auf Hey ein zweites hinterherkippt. Ja, Rum habe ich gekriegt. Kann ich dir die Münze abkaufen? Sie steht nicht zum Verkauf, Rächter. Ich wünsche, ich könnte. Aber es gibt keine Summe, die hoch genug ist, für das Glück. Geachtet... Jo, genug für das Glück geachtet würde, dass mir dieses kleine Stück Silber gebracht hat, wahrscheinlich. Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Danke für das Getränk. Ja. Wolltest du sonst noch etwas weg? Ich habe Freunde zu vergessen. Der Mann sieht nicht von seinem Pecher hoch. Die Münze... Okay. Na, trinken wir weiter. Ja, ihn unter den Tisch trinken. Der Mann trinkt eifrig aufgrund der Tatsache, dass er halb besoffen war, als du ihn gefunden hast. Dauert es nicht lange, bevor sein Kopf mit einem unverständlichen Murmeln auf den Tisch trinkt. Nur wegen der Augenblicke später beginnt er zu schnarchen. Du überlässt dem Mann seinen Flaschen. Nein, Toril, Hosen sind nicht für deinen Kopf. Die Münze nehmen. Mit der Münze in der Hand lässt du den Seemann am Tisch schlafen zurück. Hat mir das jetzt wieder irgendwelche Punkte in Zwierlichtig oder grausam gebracht? Nö. Man will ledig wissen, dass diese Münze, die in den Republiken gepäckt worden ist, eine Silberlust gewahr, ohne zuvor ihre schwarze Patina abzukratzen. Bei normaler Untersuchung findet man nur wenig über diese Münze heraus. Sie fühlt sich in deiner Hand jedoch ungewöhnlich kalt an. Eine Untersuchung der Münze mit den Sinnais Vechters enthüllt jedoch, dass sie vollständig mit den Resten von Seelen gedrückt wurde, die in den groben Laun des Todesfeuers verloren gingen. Mhm. Ich habe die Münze gefunden, die das schlachtende Gesicht sucht. Um auf ihre spirituelle Geschichte zurückzugreifen, musste ich sie in das Becken der Erinnerung legen. Gut. Jetzt muss ich mich aber gerade fragen, hat die Messing-Zitadelle ein Gefängnis? Wenn ja, welches Gebäude? Gut, äh, verlassen wir das Ding übers Meer und Alof, äh, mag kein Haferbrei. Gut, das erste Artefakt haben, ne? Das heißt, es geht weiter nach Port Maia. Äh, nein, nach Nikataka. Wir waren ja gerade in Port Maia. Wir waren ja gerade in Port Maia. So, das heißt, wir legen jetzt, äh, wirklich bei der Messing-Zitadelle an. Waffenschmiede, Messing-Zitadelle, Büros, Wörternmeisters, Offiziers-Launch. Ich probiere es wirklich mal im Oberkommando, im Untergeschoss. Eine Stimme ruft ihr aus einer Seitengasse zu. Die ärmeren Viertel von Nekataka bieten mehr Dunkelheit als Licht. Die Straßen und Gassen sind die einzige Unterkunft, die Filoaner kennen. Als du einer dieser Gassen vorbeigehst, ruft dich eine Stimme. Du drehst dich um und siehst, wie sich eine Hand aus der Dunkelheit löst. Die bleiche Handfläche balanciert vorsichtig eine Figur im Trümmen Licht. Mehr eine Silhouette als eine Statue. Als du versuchst, einen näheren Blick zu erharschen, sließen sich die Finger wieder um die Figur. Magie sagt die Stimme. Sie beschwört Bestien, die eurem Feinden zu setzen. Rettet dich aus einer Zwickmühle, gerade in so einer gefährlichen Stadt wie dieser hier. Daneben ist doch bestimmt ein paar Silberstücke wert, das nicht von Fackeln glitzert von den Zähnen des Mannes. Willste, kommste, die Gestalt zieht sich in die Schatten zurück. Arcana. Obwohl du nur einen kurzen Blick erhaschen kannst, weißt du, dass die Statuette mehr als nur Plunder ist. In ihrem Inneren befindet sich unangetastete Kraft. Betreten wir mal den Tunnel. In der Gasse entzillt sich eine Fackel und enthüllt den Eingang zu einem Tunnel. Du gehst durch den Torbogen. Auf der anderen Seite hält deine Gruppe Prinzipien Fackeln und Klingen. Leichen stapeln sich in den Ecken, Augen trockenen, in den flackernden Flammen aus, manche mit verbundenen Händen, andere kopfüber im Schmodder. Seltsam berechenbar, meinst du nicht? Der Pirat zieht eine Waffe. Leg ihnen ein kleines Stück Käse hin und diese ausländischen Raten kommen piepsend her. Du musst neu hier sein, da du nicht zu wissen scheißt, wer ich bin. Das ist das Bereden, weil musst du dich gleich schlagen. Ja, mit der Statuette und zwar jetzt. Versuchen zu fliehen, deine Waffen ziehen und angreifen. Nehmen wir mal die Eiz. Der Piratenanführer tritt näher und hält dir ein Licht ins Gesicht. Der Mal hält inne. Merla Hagrim. Ein weiterer Pirat erhebt seine Waffe. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Steckt das weg, Dummkopf. Das ist Hagrim. Er hat Freude unter dem Prinzip hier. Der Pirat lässt enttäuschen sein Schwert sinken. Schöne Scheiße. Sei still, Dummkopf. Auch der Anführer. Er stubert die Luft. Oder bist du eine Ratte? Der Pirat schüttelt seinen Kopf und richtet sich auf. Nein, Sir. Äh, wie viel willst du dafür? Der Pirat schnaub, willst du sie doch immer? Sein Blick wandert deinen Körper entlang. Sagen wir einmal, sagen wir mal 2000 Pires. Ich bin nicht mal sicher, dass sie wirklich so viel Kupfer wert ist. Aber das sollten wir unsere Freunde nicht hören lassen. Er zeigt auf die Totenmengel in der Ecke, wie peinlich es doch wäre, auf Rabatt gestorben zu sein. Ja, nehmen wir sie an. Der Anführer schürzt seinen Lippen und nickt gelade. Er nimmt den Beutel Münzen und ein anderer Pirat gibt dir die Statuette. Kupferfall und ramponierte Hundefigur. Ruft ein Grabhund herbei. Jo, cool. Der Anführer soll es schätzen mal, wir nutzen diesen Ort ausgiebig, jemand etwas zu trinken. Er sieht eine der Leichen an, als eine quietschende Ratte an seinem Hosenbein hochklettert. Der Pirat lehnt sich zurück. Arg, ein bisschen beschäftigt, wie ich sehe. Dann lasse ich euch zwei Topeltauben mal in Ruhe. Er bewölbt sich vor dir. Wir treffen uns... Müssen wir uns wieder treffen, Bon Amico. Ah, ja. Ich will immer auch ins Untergeschoss. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sehr das an meiner Reputation gekratzt hat. Genauso wie ich keine Ahnung habe, warum da oben Koordinaten sind. Die fallen mir jetzt auch zum ersten Mal aus.